Musik Hi, und wenn du SeanDavidTV mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, kannst du dies nun auf Patreon.com slash SeanDavidTV. Sicher dir nun Shoutouts, exklusive Folgen und mehr. Hallo und herzlich willkommen zurück zu SeanDavidTV mit meiner Wenigkeit und wieder einem tollen Gast. Heute mit Thilo Gosi-Johan. Hallo ihr Lieben. Thilo, wir tauschen uns ja immer regelmäßig aus über Filme, die wir potenziell in meiner Sendung bequatschen können. Und das Schöne bei dir ist, du kennst viele gute Sachen, du kennst viele mittelmäßige Sachen und du kennst Filme wie den, über den wir heute sprechen. Und bevor ihr gleich ausrastet, ihr Fans von... Warte, ein Tipp. Wenn ich jetzt eine Mütze hätte. Na, habt ihr es erraten? Okay, ihr habt es eh gelesen schon. Ja, Over the Top mit Sylvester Stallone aus dem Jahre 1987. Bevor ihr denkt, dass wir diesen Film zerfetzen, schaut euch das ganze Video an. Es gibt natürlich auch Gutes, was wir zu erzählen haben. Aber wartet es einfach ab. Thilo, du hast gestern Abend Hausaufgaben von mir bekommen. Du solltest gestern dein Memory ein bisschen refreshen und dir den Film nochmal zu Gemüte führen. Du bist dann extra zu deinem Nachbarn hingelaufen, oder zu deinem Kollegen hingelaufen, hast dir die Blu-Ray abgeholt, ihn nochmal reingeschmissen. Da kann man mal sehen. Wir kennen uns jetzt fast zwei Jahre. Und da tut man so einem guten Kumpel auch mal einen Gefallen. Ja, und guckt sich nochmal Over the Top an. Das wird dir gefallen. Ja, ich habe festgestellt, ich hätte eher Streamingdienste abonnieren müssen. Richtig. Und deswegen habe ich Lutz Van der Horst gefragt. Wir hatten ja mal bei Tele 5 diese Canon-Geschichte. Und infolgedessen hat er sich, obwohl er gar nicht so ein Action-Fan ist, diverse Canon-Filme zugelegt. Auch Over the Top. Und deswegen konnte ich in seiner Privatvideothek mir den Film leihen. Und ich habe ihn großgebeamt. Ich habe einen Beamer zu Hause. Und ich hatte zum ersten Mal ein Kinogefühl, weil aus Gründen hatte ich den damals ausgelassen. Ja. Im Kino. Ja, die Gründe kann man ja vielleicht auch gleich irgendwann mal ein bisschen erläutern. Für diejenigen von euch, die nicht wissen, worüber dieser Film handelt. Weil er, das muss man dazu sagen, er war jetzt kein Riesenerfolg. Er ist jetzt auch nicht wirklich ein Megakult-Klassiker. Fans kennen ihn, aber für diejenigen, die nicht wissen, worum er handelt. Magst du ganz kurz und knackig erzählen, worüber er handelt Over the Top? Ja. Das Hauptelement ist auch schon das Problem, warum er, glaube ich, nicht so gut lief. Stallone ist kein Söldner, Kämpfer, Kriegsveteran. Er ist Trucker und hat deswegen auch gar keine Knarren in der Hand. Er möchte das Sorgerecht an seinem Sohn wieder erlangen. Den Sohn hat er jahrelang nicht gesehen. Der Sohn geht auf eine Militärakademie und wird von seinem Opa, also nicht von Sly's Opa, sondern von dem Sohn, dem Opa, erzogen. Weil die Mutter, also Sly's Ex, im Krankenhaus liegt, sehr krank ist. Es wird nicht näher erwähnt, was man sieht, aber sie ist sehr krank. Und die Mutter möchte aber Vater und Sohn zusammenbringen und organisiert praktisch das Sly, mit dem sie offensichtlich noch ein gutes Verhältnis hat, also ihrem Ex, den Sohn abholt und zu ihr hinbringt ins Krankenhaus. Dass die sozusagen einen Roadtrip unternehmen. Von der Akademie, ne? Von der Akademie, er holt den Sohn wirklich, es geht mit der Akademie und amerikanischen Fahnen los. Und die beiden begeben sich auf eine Vater-Sohn-Tour, die sehr herzlich mitunter vonstatten geht. Und der Sohn lernt ja dann seinen Vater erst richtig kennen und sieht, was der Vater neben dem Truckern noch macht. Er hat ihn nie gesehen, er kannte den Vater gar nicht, ne? Ja, der Vater ist leidenschaftlicher Armdrücker, das stellt sich früh raus, verliert dann im Laufe der Story völlig an Bedeutung, um dann am Ende sehr wichtig zu werden, weil er an der Weltmeisterschaft im Armdrücken teilnimmt. So, der Sohn nicht, der Vater, also Sly. Genau, das können wir auch erstmal so belassen. Ich glaube, das erzählt erstmal... Für die, die wirklich den Film jetzt nie gesehen haben. Genau, genau. Was auf jeden Fall schon mal sehr interessant zu erwähnen ist, ist natürlich, dass es sich hierbei um einen Canon-Film handelt. Für diejenigen von euch, die nicht so bewandert sind, was das Thema angeht, Canon war in den 80ern so die wichtigste Independent-Film-Company. Für uns. Ja, für uns, genau. Bekannt für sehr, sehr viele B-Movies, für sehr, sehr viele schlechte Filme, aber auch für ganz, ganz viele Kult-Klassiker, weswegen Menschen wie Thilo, Meine Wenigkeit und noch ganz, ganz viele andere wirklich diese Company ins Herz geschlossen haben. Und man muss ja dazu sagen, ganz, ganz viele der A-List-Stars damals wollten nicht mit Canon zusammenarbeiten, weil Canon eben diesen Ruf hatte, sehr, sehr viel Mist auch zu produzieren. Weswegen es natürlich sehr interessant war, dass Stallone letztendlich zugesagt hat. Es war ja nicht der einzige Film, den Stallone für Canon gemacht hat. Wir haben ja gerade nochmal gesprochen. Cobra. Cobra, Cobra, genau, haben wir ja hier ein wunderschönes Bild hinter, Thilo. Das war die erste Canon-Produktion, die Sly mit dem gemacht hat. Dann bei Over the Top hat Sly letztendlich zugesagt, weil ihm so viel Kohle geboten wurde. Also Sly hatte eigentlich gar keinen Bock, fand das Drehbuch auch nicht gut und hat gesagt, nee, lass mal, lass mal, lass mal. Bis ihm irgendwie die Gerüchte waren dann zwischen 10 und 15 Millionen, was damals noch ungesehene Dimensionen waren, angeboten wurde. Und er dann irgendwann gesagt hat, das hat er mal im Interview gesagt, ja, okay, scheiß drauf, ich mache es, den Film sieht ihr keine Sau. Hat er ja auch nicht Unrecht gehabt. Bist du sicher, dass er damit da rangegangen ist? Ja, ich habe ein Interview von ihm gesehen, wo er genau das gesagt hat. Und da sagt er das? Weil ich weiß, also damals wurde immer kolportiert, wie du schon gesagt hast, 12 Millionen, 12 Millionen. Mir nachher im Golan, der Chef persönlich, hat ja Regie geführt und ja, er wollte wohl nicht sie, aber irgendwann hat er gesagt, also das Geld kann man ja nicht abgeben. Und das war, glaube ich, bis dahin die höchste Gage. Ich bin nicht ganz sicher, aber Dwayne Holtz hatte für Highway 2, glaube ich, auch 12 Millionen. Aber da geht es dann ja noch darum, hast du Einspielergebnisse, Beteiligungen und so. Ja, also 12 Millionen war im Jahr 1986, wo das gedreht wurde und in den Medien dann natürlich berichtet wurde, was er da kriegt, da dachte man so, Alter, 12 Millionen. Das war wirklich grotesk. Das wäre, als wenn du jetzt einem 100 Millionen zahlst. Wir reden jetzt nicht von Fußballspielern, sondern Schauspielern. Genau. Du hast ja jetzt gerade schon Benachem Golan angesprochen. Ja, der Chef, einer der beiden Chefs von Canon Films damals. Und er war nicht nur der Chef von Canon, sondern auch, wie du jetzt gerade gesagt hast, auch Regisseur und Produzent. Als Regisseur hat er zum Beispiel Filme gemacht wie Enter the Ninja mit Franco Nero und Joel Kazugi. Einer der ersten westlichen oder vielleicht sogar der erste westliche richtige Ninja-Film. Ja, der ist sehr gut. Man sieht Michael Dudikoff schon in einer ganz kleinen Rolle in dem Film. Ehrlich? Das wusste ich nicht. Ja, der ist, also man sieht ihn auch mit Gesicht. Er ist so ein Henchman, der in der dritten Reihe steht. Oh, das ist neu für mich. Das wusste ich nicht. Musste man nochmal groß gucken und dann musste man so auf diese Typen, die dann so... Die vermöbelt werden. Ja, genau. Diese Typen, die um den Bösewicht immer rum sind, diese Bodyguard-Vögel, da ist ja einer dabei, ja. Oh, danke. Das wusste ich nicht. Oh, cool. Also sehr jung natürlich. Ja, 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 ja. Was hat er noch gemacht? Dann natürlich ein absoluter Canon-Klassiker, Delta Force. Ah, ich liebe Delta Force. Ja, ich weiß, das ist voll dein Ding. Ich war mit meinem Vater im Kino, das war ganz toll. Einmal, ich habe immer so gelitten, weil mein Vater ist ja auch Kriegskind und der kann so Gewaltsachen nicht ab. Und ich hatte ihn belabert, weil der Film ab 16 war. Und ich so, bitte, bitte, bitte. Und dann waren wir da drin und dann, ja, für damals ist das schon eine Gewaltorgie gewesen. Ja, natürlich. Und dann dachte ich immer so, Gott, mein Vater und so, ne. Und dann dachte ich, der hat dann Trauma davon getragen. Habe ich ihm letztens gesagt, weißt du noch, wo wir damals hier in dem Delta Force waren? Nee. Ja, das mit der Hana Shigula, das mit den Motorrädern, mit den Raketen. Nee. Das mit der Flugzeugentführung. Keine Ahnung. Er konnte sich nicht erinnern. Verdrängung, Verdrängung, Verdrängung. Er konnte sich überhaupt nicht erinnern. Verdrängung, Verdrängung. Mittlerweile guckt er nicht mal mehr in Tatort, ist immer alles zu hart. Okay, ja. Aber damals waren wir auf dem Kino. Bond hat er gerne geguckt. Ja. Wir waren in, nur ganz kurz, wir waren im Angesicht des Todes natürlich. Wir waren vorher auch Oktopussi schon und sagen niemals nie. Und dann im Angesicht des Todes. Das sage ich nur, weil der letztens nochmal lief. Ich saß mit meinem Vater im Wohnzimmer, so vor einem halben Jahr. Und dann fing im Angesicht des Todes an. Ich sage, Papa, weißt du noch, was wir denn im Kino gesehen haben? Ja, kann sein. Ich sage, hier die Skiszenen von Willi Bogner. Ja, ja, das hat Willi Bogner gemacht. Diese Namen kennt der natürlich dann. Und dann, ja, toll. Und dann dachte ich, ach, ist das schön, jetzt sitze ich hier mit meinem Vater und gucke nach 40 Jahren nochmal den Film. Und dann sagt er so nach Viertelstunde, oh, ist ja auch alles aufregend. Sollen wir nicht was anderes gucken? Echt? Ach, wie geil. Ja, und dann haben wir wieder auf irgendein drittes Programm umgeschaltet, wo dann so Drohnenflüge dann über die Eifel sind. Und dann irgendeiner mit dem Fahrrad in so ein Dorf kommt und dann da den Schnaps probiert. Das werden wir aber auch irgendwann sein. Das kann sein. Das kann sehr, 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 sehr gut sein. Weißt du, wir sagen, dann macht Delta Force aus. Ja, genau. Lass mal anstatt American Fighter 1, lass mal lieber hier den Kamin gucken. Ja, genau. Oder den Zug. Ach, so ein bisschen Kamin hier. Zwölf Stunden Kaminfeuer. Ach ja, genau. Was ich noch dazufügen wollte, das wissen auch viele nicht, Manachem Golan als Produzent war für Eis am Stiel zuständig. Ja, ja, damit ist er ja gestartet und bekannt geworden und auch reich geworden und hat das als Ausgangsbasis genommen, um nach Hollywood zu gehen. Richtig, genau. Es gab ja sogar ein Remake von Eis am Stiel, die letzte amerikanische Jungfrau. Ja, genau. Oder war das nicht? Nee, den hat Cannon ja auch gemacht. Genau. Das war ein Cannons Film. Genau, das ist quasi eins zu eins übernommen. Ja, voll Katastrophen. Eis am Stiel hat ja jetzt noch, er hat ja richtig Preise gewonnen. Kann goldene Palme und so. Ja, genau, genau, genau. So, bevor wir jetzt komplett abweichen, noch eine wichtige Sache. Jetzt, wo wir schon den Regisseur erwähnt haben. Das Skript haben mehrere Leute gemacht und da gibt es interessante Geschichten zu. Und zwar, einmal war mit am Werke Gary Conway, der unter anderem Drehbücher für die American Fighter Reihe geschrieben hat. Ah, okay. Und der bei American Fighter 2 Leo Berg, der Löwe, gespielt hat. Interessant, oder? Ja, das wusste ich nicht. Ich verbinde mit Drehbüchern für Cannon immer hier den Schauspieler, den englischen Schauspieler, der den Bösewicht spielte in American Fighter 4. James... Booth. James Booth, genau, richtig. Richtig, genau. Der hat ja so ein englischer Nebendarsteller, der dann über Cannon nochmal so richtig an den Start gegangen hat. Ja, genau. Und die Tausend Augen der Ninja auch geschrieben hat. Ja, ja, genau. So ein Actionautor wurde auf die alten Tage. Genau, Cannon hat den so wiederbelebt ein bisschen. Genau, und dann hat er noch so eine allerletzte Rolle gehabt neben Rowan Atkinson in Mord im Pfarrhaus, den ich nie gesehen habe. Aber ich immer dachte, ich gucke den mal wegen James Booth, den alten Cannon Wreck'n. Cannon Wreck'n. Cannon Wreck'n. Rack'n. Zweite Person, die am Drehbuch mit dabei war, war David Engelbeck. Und da gibt es was sehr, sehr Interessantes zu sagen. Und zwar, wir haben ja schon diverse Male, ich glaube auch in meiner Sendung schon drüber gesprochen, dass wir ja die Cannon-Doku so abfeiern, hier Electric Boogaloo. Und da gibt es so ein kleines Segment, wo David Engelbeck sagt, dass er bei der Premiere von Over the Top im Kino gesessen hat und hat zwei, drei Sitze neben Nachim Golan gesessen. Hat den Film gesehen und hat angefangen zu weinen. Und da meinte Manachem Golan, siehst du, ich wusste doch, dass dieser Film nicht berühren wird. So, in Wahrheit hat er aber geheult, weil er gedacht hat, scheiße, meine Karriere ist im Arsch. Aber er hatte es doch geschrieben. Ja, aber Manachem Golan hat, und das kann ich bestätigen, also gleich, wenn wir auf die Punkte kommen, weswegen ich bei dem Film, ich mag ihn, aber nicht aus den richtigen Gründen tatsächlich, das Original-Drehbuch war mehr, es ging mehr um die Vater-Sohn-Komponente und das, was Manachem Golan draus gemacht hat, war halt viel Truck fahren und Arm drücken. So, und das war im Original-Drehbuch halt anders. So, und wenn wir jetzt schon, jetzt können wir ja mal kurz unsere Meinung austauschen. Du hast den Film ja gestern gesehen. So, und sei ehrlich. Und ganz, ganz wichtig, Leute, ihr wisst ja, Filmgeschmäcker sind unterschiedlich. Es gibt manchmal Filme, die nicht gut sind, die aber einen trotzdem berühren, die man trotzdem gut findet, dann aber bei anderen Menschen funktioniert es halt eben nicht so. Ja, es gibt halt Filme, die hat man früher gesehen, da gefielen sie einem nicht und über die Jahre ändert man sich, man wird erwachsener und dann guckt man manche Filme wieder, die einem früher gar nicht gefallen haben. Und findet sie aber immer super. Und siehe da, sie sind immer noch scheiße. Also, ich will mal so sagen, das ist kein Film, den ich hasse oder so, wirklich gar nicht. Es war damals so, ich war im Alter von Rambo und Cobra und ich war auch in Cobra natürlich im Kino drin und der gefiel mir auch schon nicht so, aber da hatte Stallone wenigstens knarren und hat viele Leute umgeputzt. Dann kam das mit dem Truckfahrer und ich kann das komplett nachfühlen, warum der Film nicht funktioniert hat, weil ich war ja einer von denen, die nicht reingegangen sind. Ich wollte kein Filmdrama sehen. Ich hätte mir einen Rocky reingezogen zu der Zeit, das war 87, dann hätte theoretisch einen Rocky 5, da wäre ich natürlich reingegangen. Aber alles andere wollte ich nicht sehen. Ich habe natürlich den Soundtrack zu Hause, finde ich auch nicht so geil, außer Winner takes it all. In this country. Also, ich finde den Soundtrack auch nicht dolle. Und jetzt bin ich da so dran gegangen, gestern, komm, das ist 80er, dieser Soundtrack, war vielleicht auch geil und das ist sly und alles. Nee, der Film ist einfach zu brutal kommerziell gedacht aus dem damaligen Zeitgeist raus. Er drückt so auf die Tränendrüse. Er versucht, das Rocky-Konzept dem überzustülpen, mit Arm drücken, was gar nicht funktioniert. Also, er versucht eigentlich all das zu nehmen, was Stallone groß gemacht hat und ein Filmdrama zu packen. Und das funktioniert nicht, weil dann ist es vielleicht, ist der Film auch, das muss man sagen, er ist nicht langweilig. Nein, das nicht. Das definitiv nicht. Also, das ist ja eigentlich schon ein Qualitätsdenken, weil der Film ist nicht langweilig. Er ist vielleicht ein Stück zu kurz, weil dieses Drama hätte ein bisschen mehr Epik gebraucht. Ich finde, der ist ganz schnell zu Ende. Das fängt an, er holt ihn ab, dann ist die Mummel so und dann kommt der Showdown und dann ist der Film schon zu Ende und du so, ja wie, jetzt ist der Showdown und wir spoilern hier auch, ne? Und der Opa ist dann auch, der so super, Robert Lodger, super, kennt man auch aus Lost Highway, ein wahnsinnig böser Mensch im Film, wenn es drauf ankommt und der spielt den Opa, der ist jungen, der ist dann am Ende auch so gerührt, weil Stallone in dieser albernen Armdrücker-Nummer da gewonnen hat, dass das auch irgendwie alles so, er hat ja das Sorgerecht der Opa, aber das geht dann irgendwie so. Also, ich finde es gut, dass du es so ansprichst. Das ist meine ehrliche Gefühlslage, ja? Und wie gesagt, ich bin ein riesen Canon-Fan. Das ist ja klar. Ich bin auch ein riesen Manachem Golan-Fan. Mir ist etwas aus der Doku, Electric Boogaloo, stecken geblieben im Kopf, was ich finde, was den Film sehr, sehr gut beschreibt. Und zwar, es haben damals ein, zwei Leute in der Doku gesagt, dass Manachem Golan als Israeli, der halt seinen Film-Background daher hat, auch bei, das was du gerade auch gesagt hast, bei dem Remake zum Beispiel von Eis am Stiel. Er hat versucht, amerikanische Filme zu machen, aber dadurch, dass er halt gar keinen amerikanischen Background hat, sind seine Filme immer anders. Und ich finde, bei Over the Top merkst du, es versucht jemand eine amerikanische Geschichte zu erzählen, aber irgendwie ist es daneben. Er trifft nicht. Also er, 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 man sieht, es ist versucht, aber nicht wirklich gekonnt. Es ist wie eine Parodie. Richtig, genau. Auf Patriotismus, auf Dramen und auf Sportfilme. Es hat was, Stallone spazierte auch so umher und man merkt, dass er gar nicht so Bock hatte. Der, der gewinnt natürlich sehr, der Sly durch Thomas Danneberg. Das Thema hatten wir. Ja, und ich finde, der bügelt den ziemlich gerade, weil Sly hat ja eine Nominierung gekriegt, er hat sie, die goldene Himbeere, nicht bekommen, aber er war nominiert. Jetzt, ja. Und so ein bisschen, wenn man das heutzutage sieht, ich meine, Libia Sly, das ist auch für mich das, was ich am Film gut finde. Sly selbst, auch wenn er da so ein bisschen parkurig durch die Gegend spaziert, ich mag The Winner Takes It All. Ich mag das Poster von Casaro mit dem Arm, der Arm, der dann in der Videothek auf tausend Action-Cover, ich weiß auch noch, Surf-Nazis must die, da war der Arm und immer wieder der Casaro-Arm von Sly, der so macht. Warte mal, das ist die falsche, wenn ihr so guckt, ist der Arm, glaube ich, so auf dem Poster. Vielleicht kannst du es mal einmal einblenden. Auch das, es gibt, Overthrow hieß ein Film, der hat komplett den Schriftzug imitiert. Also dieses Filmposter wurde sehr oft beklaut, also Filmposter ist gut, Sly ist gut, Winner Takes It All ist gut, das Kennen-Symbol am Anfang ist gut. Das ist super. Und das enttäuscht mich. Und damit fällt mir nicht mehr so viel ein. Okay. Doch, die eine Szene, wo er den Bodyguard umhaut und durchs Fenster scheppert, die ist auch geil. Weil da ist das Element halt Sly als Actionstar. Richtig. Ja, ja, also ich habe den Film das letzte Mal vor vier Monaten oder so gesehen, da war ich bei Kino Plus zu Gast und wir hätten ursprünglich drüber sprechen sollen, weswegen ich gedacht habe, okay, ich gucke mir den nach zehn Jahren nochmal an. Und du hast gerade schon von einer Sache gesprochen und zwar, es ist ein Qualitätsmerkmal, dass der Film nicht langweilig ist. Das stimmt. Also ich finde auch, er ist unterhaltend, für mich halt tatsächlich aus den falschen Gründen. Also ich musste sehr, sehr oft schmunzeln, weil ich halt aus Filmmachersicht halt sehe von wegen, okay, ich sehe, was du versucht hast zu machen, aber es hat nicht funktioniert. Nichtsdestotrotz, ich verstehe aber trotzdem, warum der Film immer noch eine Fanbase hat, weil er eben, es ist halt immer noch Stallone, es ist 80s Stallone und die Musik ist halt 80s Cheese hoch 3000, so, es ist ein Canon-Film, so, er hat ja trotzdem Komponenten, was uns eingefleischten 80s-Fans ja trotzdem gefällt, weswegen ich würde niemals sagen, ich hasse den Film, ich würde auch nie sagen, er ist eine Vollkatastrophe, er ist in meinen Augen einfach nicht gut, aber er ist zumindest einer der schwächeren Filme, die man trotzdem gucken kann, ohne, dass du Pickel kriegst nach fünf Minuten. Ja, es ist aber nicht ein Film von der Sorte schlecht in Anführungsstrichen und ich liebe Filme, die gescheitert sind, es ist kein Film davon, wo man sich da amüsieren kann, es ist eher so, dass man sieht, der ist misslungen und es schmerzt leider und du hast hier mal was total Kluges gesagt, das habe ich oft zitiert danach, du hast gesagt, wenn die Sterne nicht, die Sterne scheinen richtig zu stehen und es funktioniert trotzdem nicht, manchmal stehen die Sterne richtig, es entsteht ein Meisterwerk und dann hast du alle Zutaten und es funktioniert nicht, wir hatten das bei Suisse mit Michael Jackson, du hast Michael Jackson, du hast Richard Breuer, du hast Quincy Jones, du hast Sidney Lumet und Diana Ross und der Film ist totale Kacke. So, was hast du hier? Das, was wir mögen. Du hast Canon, du hast Menachem Golan, Joram Globus produziert, du hast Sly und du hast irgendwie eine Imitation von Rocky, gut, das ist vielleicht schon nicht so ein guter Stern, aber und da hat der gequirlte Quark einfach auch nicht geschmeckt. Ich habe noch in der Doku gesehen, in der Electric Boogaloo Doku, dass David Engelbeck, also einer der Screen-, also einer der Drehbuchautoren, gesagt hat, dass er glaubt, dass mit eines der größten Probleme einfach war, dass du Armdrücken, es ist halt ultra schwer, das als actionreich zu gestalten. Und das habe ich mir wieder, als ich den Film gesehen habe, nochmal ein bisschen drauf geachtet. Also sie versuchen ja schon mit viel Gejubel im Hintergrund und energetischer Musik und vielen dramatischen Schnitten, viel Schweiß und viel Geschrei, also sie versuchen ja da Stimmung zu erzeugen und das so spektakulär wie möglich zu portrayen, aber es ist halt nicht wie Boxen oder so, es ist halt, also man muss wirklich dazu sagen, ich weiß auch nicht, selbst wenn ich jetzt 20 Jahre Regieerfahrung hatte, ich weiß auch nicht, wie ich das Thema Armdrücken wirklich spektakulär umsetzen kann. Also für den Hauptteil, für das Hauptaugenmerk eines Filmes, den als Schwerpunkt, ist das glaube ich die falsche Wahl. Ja, man hätte, also es verliert sich so in halbnahen oder in closen, schreienden Gesichtern und diese Gesichter sehen auch grotesk, karikaturesk, ja, es ist so feinlich eigentlich und es hat auch dieses toxisch-maskuline, diese ganzen Typen, die dann da so wie diese, wie so Gorillas da rumbrüllen und einer ist stärker als der andere, dann denkt man doch nur so, ich finde es super, ja, ich finde es, ich finde es geht so, ne. Aber es ist auch wirklich unglaubwürdig, wenn Sly am Ende gegen diesen Typen, der ist schon 20 Jahre tot übrigens, der war glaube ich ein Wrestler auch oder was, gegen den er da gewinnt, der auch auf den Postern ist, der mit der Glatze und dem Bart, ne. Kim, ich hab gestern den Namen noch genannt, Sumik, keine Ahnung. Der mit dem roten Oberteil, ne. Der mit dem roten Oberteil, also der Haupt, der Entgegenmerk, ne, genau. Das ist einfach unglaubwürdig, weil der Typ hat irgendwie Oberarme wie ein Pferdenbein und da hätte Sly auch gegen einen Transformer-Roboter gewinnen können, weißt du, das ist so, ja klar muss Talon gewinnen, aber. Sowas gibt es aber in der Realität, also ich hab schon diverse Male gesehen, ja, ja, es gibt, ich hab mich, wann war das, vor zwei, drei Jahren ein bisschen mal da reingeforstet in die Armdrücke, unfreiwillig, Instagram und Facebook, Algorithmus zeigt mir da immer so Sachen. Also es gibt da schon zwei, drei Typen, die halt wirklich relativ schmal gebaut sind und wirklich die größten Viecher platt machen und das ohne Probleme. Also das gibt es schon in der Realität, aber natürlich, wenn du das nicht weißt, so und als Zuschauer, zum Abkaufen, also dass du das auch für vollnimmst, was du da siehst, ist es natürlich schwer zu denken von wegen, okay, Salon war ja selber jetzt nicht schmächtig, aber das andere war halt ein Monster. Ja, 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 ja. Aber aus Filmmachersicht wiederum, wenn du ja, du willst ja Lincoln Hawk, Stallone in dem Film, möchtest du ja auch, dass er so dieser Underdog ist, weißt du, dass du halt für den mitfieberst, weil er, weil er so, weil er eigentlich ja keine Chance gegen dieses Viech hat, also das macht ja als, klar, das ist dramaturgisch alles schön, wir wollen ja auch das Sly gewinnt. Ja, also, ja, ja, ja. Du machst doch auch Sportvideos, vielleicht haben wir von dir mal demnächst mal eine ganze Reihe von Armdrück. Ich mache einen YouTube-Armdrück-Kanal. Armdrück-Kanal. Ja, ich glaube, da gehe ich leider pleite. Und dann bist du immer so voll am Einpennen, wenn... Ja, das kann sein. Ich habe noch ein paar coole Funfacts für dich. Okay, ich bin gespannt. Und zwar, wusstest du, wer theoretisch die Rolle als Lincoln Hawk bekommen hätte, wenn Stallone sie nicht bekommen hätte? Nee, das weiß ich nicht. Oder Wattemacher. Nee, weiß ich nicht. Don Johnson. Ah, nee, das wusste ich nicht. Okay. Don Johnson. Interessant, oder? Also, für mich wäre das ein komplett anderer Film geworden. Ja. So, ob das besser ist, weiß ich nicht, weil dann, also, man muss ja schon sagen, also klar, Don Johnson, Miami Vice, sollten die 80s-Fans von euch ja wissen. Und er war in den 80er-Jahren ja wirklich groß, bekannt, ein Star etc. Aber Stallone war auch zu der Zeit schon mal ein anderes Level. Stallone sagt man ja an den Einspielergebnissen, wenn du den Ostblock mitrechnest, wo die Sachen ja zum Teil illegal liefen, ist der erfolgreichste Schauspieler der 80er, vielleicht sogar aller Zeiten. Ja, das kann gut sein. Weil wenn du diese Sachen hochrechnest, klar hat son Rambo 250 nur eingespielt, aber selbst das ist inflationär betrachtet ja total schon. Drei Milliarden. Ja, genau. Und dann Rocky IV lief ja wirklich im Ostblock rauf und runter. Und es gibt eine Arte-Doku, die Rocky IV den Ostblock zu Fall brachte. Und das hört sich lächerlich an, aber wenn du diese Doku guckst, dann leuchtet das total ein. Dann denkst du, wow, das stimmt ja einfach so. Es ist vielleicht so ein bisschen zusammenkomponiert, aber das macht total Sinn. Die haben den als Raubkopie rauf und runter gedudelt im Ostblock. Und dann hat das so ein bisschen am Erodieren des Systems mitgeholfen. Und ich glaube ja, wahrscheinlich hat Over the Top auch weltweit 16 Millionen oder so. Ja, und das bei einem 25 Millionen Budget, das war ein Megaflop. 25 mit oder ohne die 12 von Sly? Mit. Also insgesamt. So, dann siehst du aber wieder rum und das, gut, dass du das gerade ansprichst. Wenn ein Film 25 Millionen Dollar Budget hat und du zahlst schon 12 Millionen für Sly, dann merkst du ja, dass fast die Hälfte schon weg ist. So, bedeutet, du hast noch 13 Millionen übrig für den kompletten restlichen Film. Und ich finde, das siehst du. Also Produktionswert. Zum Beispiel, ich finde, das hatte ich mir auch aufgeschrieben, ich finde zum Beispiel, dass die Musik, ja, auch wenn ich die jetzt nicht ideal finde für den Film. Es gibt wesentlich bessere 80s Filme mit wesentlich besserer Musik. Die Musik lässt den Film aber größer aussehen, als er letztendlich ist. Letztendlich ist das ein ganz, ganz kleiner Film. Ja, und das ist aber auch brutal, wie die die ganze Zeit da durchdudeln. Du hast ja fast keine Minute ohne Musik. Richtig. Boah. Ich habe letztens bei meiner, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, ich hatte vor kurzem auf meinem Instagram-Kanal eine kleine Barbie-Review gemacht, weil ich habe den Film gesehen und war danach... Ich habe deine Ankündigung gesehen, ich musste aber noch das Resultat, das muss ich noch machen. Ja, okay, nee, musste nicht, weil ich war einfach nur ultrasauer. Und ich habe eine Sache kritisiert und... Habe ich das doch gesehen, sag mal. Ja, dass das eine absolute Vollkatastrophe war, dass es eine Frechheit war und... Nee, 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 sonst werde ich wieder aggro. Also ich war wirklich, ich war selten so sauer wie bei dem Film. Und ich habe eine Sache gelernt als wirklicher Filmfan, wenn man auch so Sachen analysiert über die Jahre und sich wirklich in die Materie reinfuchst. Ein Mittel, um einen emotionslosen Film zumindest ein bisschen Emotionen zu verleihen, ist, du spielst energetische Musik, ja? Ja, klar. So, beim Barbie-Film zum Beispiel, der hat gefühlt, ich weiß nicht wie viele, aber gefühlt so 15 bis 20 Popsongs, die da die ganze Zeit laufen. Warum? Weil in den Szenen nichts passiert, es kommen keine Emotionen rüber, es ist einfach leer. Und so wird halt künstlich zumindest erzeugt, dass Leute halt ein bisschen so mitgrooven und zumindest irgendwas spüren. Bei Over the Top wurde genau dasselbe Stil benutzt. So, und das ist zum Beispiel ein Unterschied, bei zum Beispiel Rocky oder so, hast du zwar auch viel Musik, ja? Aber ich bin mir sehr, sehr, sehr sicher, die dramatischen Szenen, zum Beispiel das Schauspiel zwischen Adrian und Pauli und Rocky etc., das würde auch funktionieren, wenn da keine klassische Musik drunter wäre. Weil am Ende des Tages Sylvester Stallone, auch wenn er sich ein paar Klöpse erlaubt hat, doch der bessere Regisseur ist als Menaim Golan. Ja, natürlich. Menaim Golan war ein super Produzent, aber selbst Eis am Stil ist ja nicht von ihm inszeniert Bohr, wo ist Davidsson gewesen, der jetzt glaube ich, ja, diese Expendables und so. Ja, der ist bei New Image. New Image, genau. Das ist ja die Linie. Das ist ja die Linie der Neuzeits. Die Neuzeits. Eigentlich, genau. Genau. Was wollte ich sagen? Ja, Barbie, um das nochmal kurz zu ergänzen. Aus meiner Meinung heraus verlässt sich der Film zu sehr auf seine satirische Ebene und vernachlässigt die emotionale. Und ich finde, man hätte diese Fokussierung stärker machen müssen. Realität, Barbie-Welt. Also, ich finde die Barbie-Welt supergeil. Ich finde, alles, was in der Realität spielt, haben sie verwässert mit Will Ferrell, mit diesen Cartoon-Elementen. Ich finde, die Realität, die hätte grau und hart, die hätte auch noch frauenfeindlicher aussehen müssen, um den Kontrast herzustellen. Und ich finde, diese Ebenen, im Prinzip die Dramaturgie von Krokodil Dundee, weißt du, der ist erst in München und dann kommt der nach New York. So, und das hätte man härter abgrenzen müssen, ne? Ich werde das alles rausschneiden. Alles, was du über Barbie reden, raus. Ich werde damit nichts zu tun haben. Und das wird er nicht machen. Ihr habt ja gerade gesehen, dass er es nicht gemacht hat. Wie finde ich jetzt schnell eine Überleitung, dass wir dieses B-A-R-B-I-E-Thema verlassen? Oh, ich habe noch eine sehr, sehr interessante Geschichte für dich, die ich mir aufgeschrieben habe. Big Jim. Wie bitte? Ne, ist für gut. Und zwar... Big Jim war doch auch diese Figur. Ja, genau, 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 genau. Diese jungen Figur da. Ja, so ein Abenteuer Typ. Ja, genau. Was war denn für dich, oder was war deiner Erinnerung nach der Film vor Over the Top und nach Over the Top? Also, was hat Stallone vorher und nachher gemacht? Ich wollte es googeln, ich habe es tatsächlich vergessen. Ich würde jetzt aber sagen, da das 87 war, müsste davor... Eigentlich Cobra gewesen sein, aber da war ich ein ganzes Jahr dazwischen. Das ist aber richtig, genau. Ne, ja? Ja, genau. Und da war auch nicht noch irgendeiner dazwischen. Ne, ne? Nicht, dass ich wüsste, nein. So, und nach 87, würde ich sagen, könnte schon Rambo 3 gekommen sein. Du bist sehr, sehr gut, genau. Weil der 88 war. Richtig, genau. Und das heißt, da hat Stallone vom Marktwert her wieder seinen Flop wieder gut gemacht, weil Rambo 3 ja wirklich... Ja, Rambo 3 war auch nicht so ganz so wie gewollt, ne? Der war so unfassbar teuer, die haben ja den Originalregisseur gefeuert. Wer war das nochmal? Ich weiß nicht mehr, äh... Peter MacDonald war der Ersatz. Genau, der eingesprungen ist, wobei man ja sagt, dass Stallone wahrscheinlich Regie geführt hat und Peter MacDonald einfach nur... Aber irgendeiner wurde da doch gefeuert. Ja, ich weiß aber auch nicht mehr, wer. Cosmatos war es nicht, der hat den Dritten nicht... So, und dann hat er so viel Geld ausgegeben, weil bei Rambo 3 sind ja noch alle Panzer echt... Ich war damals zweimal in dem Film, weil ich das Gefühl hatte, beim ersten Mal habe ich noch nicht alle Panzer gesehen. So, und... Ich finde den auch besser, als die meisten Leute sagen. Also ich mag den richtig gerne. Ja, 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 das ist ja klar. Super geiles Ding. So, und, ähm... Die Leute wollten es eigentlich am Ende nicht mehr sehen. Afghanistan wurde von den Russen dann verlassen. Die politische Nummer war durch und... Aber Rambo 3 war doch trotzdem ein Hit. Naja, nicht so richtig. Also der war schon natürlich okay, aber der war hinter den Erwartungen. Deutlich hinter den Erwartungen. Ich überlege gerade. Ja, der galt eine Zeit lang als einer der größten Flops, weil er so teuer war. Okay, okay, dann habe ich das falsch im Kopf. Ich hatte noch, meine ich nämlich noch im Kopf, dass der irgendwie einer der erfolgreichsten Filme, also vom Einspielergebnis, einer mit dem höchsten Einspielergebnis des Jahres war. Du, der wird wahrscheinlich in den Top Ten gewesen sein, aber gemessen an dem zweiten Teil hat er, glaube ich, nur ungefähr ein Drittel davon eingebracht. Okay, interessant, interessant, okay. Also der blieb irgendwo, glaube ich, nach damaligen Zahlen, ich habe das jetzt auch nicht mehr nach, zwischen 50 und 60 stecken. Und der zweite hatte damals 150 Millionen. Ich rede jetzt nur von USA, Nordamerika. Bedeutet ja dann, dass damit dann quasi so diese erste Ebbezeit für Stallone anfing, weil dann kamen ja auch so diese Ausrutscher wie Stopp oder Meine Mami schießt und Oscar oder so und so weiter. Also da waren ja dann eher so die schwächeren Filme. Der kam ganz, ganz lange erstmal nicht. Bis, war das nicht, Demolition Man hat noch reingehauen? Ja, ich glaube, Cliffhanger war der vor Demolition Man, da hat er so zwei Semi-Hits. Nee, 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 Cliffhanger, war nicht Cliffhanger danach? Also Cliffhanger und Demolition Man kamen so gefühlt mit einem Jahr Abstand und das waren dann irgendwie zwei Hits für ihn. Ja, Cliffhanger war nochmal größer, das weiß ich noch, da war überall Werbung im Fernsehen. Ich meine, es wäre, ich, du, schieß mich tot. Ich glaube, erst Cliffhanger und Demolition Man war dann so, Science Fiction war da noch einen drüber. Kann aber auch nur meine Wahrnehmung gewesen sein. Okay, ich hatte es genau andersrum im Kopf. Ich meine, Cliffhanger ist nicht wichtig, weil die sind zeitlich gesehen, waren die zweite Hälfte 90er und es war sowieso dieselbe Ära und das waren zwei Hits für ihn, die auch nicht so groß waren wie früher, aber da waren wir dann nicht zufrieden gewesen. Und dann ging es ja, dann ging ja leider die Stallone-Vidiotheken-Zeit irgendwann los und das war, oh gut, das ist ein Thema, ja genau, genau, und Driven mit Til Schweiger und, oh, Drive, Driven, 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 Stimmt schon und, boah, den habe ich zum ersten Mal vor zwei Jahren gesehen. Ja, ne, das ist auch, du, da ist over the top, aber noch eine ganz andere Liga nach oben. Ja, 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 Thema für eine andere Sendung. So, der Film hat, Sprechen wir über Driven? Wir machen irgendwann mal die, wir machen eh die Karriere von Stallone, machen wir irgendwann mal, so, das muss auf jeden Fall, ja, das ist eine geile Sache, ja, ja, das ist das auf jeden Fall. Auf IMDb hat der Film eine 5,8, wie siehst du's? Ey, ich muss leider sagen, also bei mir, weil ich in den 80ern einfach auch schon rege ins Kino gegangen bin, zündet dieses Nostalgie-Ding bei mir ja nur so semi, das ist für mich leider, für mich ist das eher so eine 4,5. Oha, okay, naja, also, nach IMDb mal stehen, von 10, ja, ja, ich fand ihn, ja, er ist nicht langweilig, ja, ich liebe Sly, ich liebe Thomas Danneberg, kann man dem ursprünglichen Film gar nicht anrechnen. Ja, diese, diese, diese wahnsinnige Kommerzialität, er hat nicht das Schlechtheitsniveau, dass man sagen würde, das, also bei mir nicht, das amüsiert mich, wenn der dann da auf seinem Truck im Sonnenuntergang sitzt und dann kommt dieser Soundtrack, dann denke ich, oh Gott, lass es vorbeigehen, ne? Okay, bei mir ist es genau anders, also ich finde genau das amüsant, also dieses gewollt und nicht gekonnt, bei mir kriegst du eine, auch eine 5,8, ich finde das trifft sehr, sehr, sehr gut. Es ist nicht das Schlechteste, was Stallone gemacht hat, es ist bei weitem nicht das Beste. Okay, was wäre das Schlechteste? Und das seht ihr in der nächsten Folge. Ey, ich kann doch nicht mein ganzes Material für eine Sendung verbraten. Ich verstehe, das machen wir in der Sendung Karriere von Sly. Oh ja, das wird eine gute Folge, das wird ein Special wieder, das wird ein langes Special. Ja, unsere Specials, wo du gesagt hast bei Kino Plus, ich habe Vier Fäuste gegen Rio gesehen, da wusste ich schon so. Dauert länger. Leute, wir sind schon wieder über die Zeit, vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr wisst ja, wir lieben alle Filme, Geschmäcker sind unterschiedlich, fühlt euch bitte nicht auf den Schlips getreten. Ich freue mich über jeden, der Over the Top mag, ich finde das Positive immer besser, ich habe gar kein Problem, wenn den einer liebt, das ist mein Problem, wenn ich dann da sitze. Das stimmt, das stimmt. Thilo, danke, dass du wieder am Start warst, ja. Und tobt euch in den Kommentaren aus und hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal wieder auf SeanDavidTV. Und wir beide werden jetzt während ihr... Und jetzt ist stoppt und ihr werdet nie erfahren, wer gewonnen hat. Ich. Hallo Filmfans, ich bin die Jazz-Produzentin von SeanDavidTV. Wenn ihr das Video mochtet oder sogar den Kanal abfeiert, dann lasst doch sehen, sehr gerne euer Like oder Abo da. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann.